so hallo die testaufnahme war erfolgreich ich bin wieder in meiner wohnung was heißt ich muss die parts jetzt definitiv nicht länger als eine halbe stunde werden lassen sonst kriege ich probleme mit dem hochladen und ich habe gerade das spiel neu gestartet deswegen kriege ich hier gerade wieder mitteilungen aber ich glaube da ist nichts wichtiges dabei nur irgendwelche langweiligen errungenschaften und level infos relevant wäre nur wenn hier ein ausrufezeichen wer bei neuigkeiten dann teilt mir nintendo was wichtiges mit wie zum beispiel dass ein neuer ninchi speedrun da ist das ist nicht der fall entsprechend gibt es hier auch nichts spannendes was wir sehen müssen einer deiner level hat zum ersten mal viel feedback bekommen ich habe nur eins aber dafür gab es einen anzug die verwirre hose ach ich dachte ich krieg das feedback jetzt angezeigt wie sieht die aus moment hey ich will das nicht wieso kann man oh mein gott wieso kann man nicht mit b das rückgängig machen man kann ja nur das anziehen und wenn man es angezogen hat und man geht auf b wird es gespeichert dabei wäre es doch schlauer zu sagen okay start bestätigt was man anzieht und b macht es halt rückgängig wie es sich eigentlich egal so ninchi speedrun wie gesagt gibt es derzeit noch keinen ich habe drei empfehlungen von aggressor nur fürs protokoll das weiß ich ja ich habe das nicht übersehen oder so ich will aber erst natürlich gucken ob die leute denen ich folge irgendwas gebaut haben in der zwischenzeit das heißt wir werden diese empfehlungen auf jeden fall spielen ich weiß dass sie da sind ja ich habe die mir gespeichert gedanklich ich gucke erst ob hier irgendwas relevantes für mich ist also josen hat gesagt ich habe das level hier völlig falsch angefangen und es mir damit möglichst schwer gemacht ich will mal ganz kurz gucken nur ganz kurz ganz kurz gucken wie man das anders anfängt ob ich da mir wirklich ist dann leichter mache oder nicht aber ich glaube nicht dass wir da hier also keine panik für alle die sagen oh gott shows ins level kann ich mir nicht geben man muss das also anders anfangen wahrscheinlich muss ich da drauf wenn es wenn wenn es da unten ist oder wie mache ich das ich kann da nicht ich kann doch gar nicht anders ordentlich drauf ich müsste ja dann ach so so für dann fährt es darunter ich spiel das alleine chose spiel das alleine du hast mir meine konin version gegeben die die mit der kam ich klar das habe ich gar nicht gesehen mini kaiser madness 2 ach davon war die konin version oder was er die konin version ist weg oder bin ich blind weil die konin version ist weg weiß jetzt gespielt habe oder was hat das wieder gelöscht weil seine schande auf seinem kanal ist sein level hochzuladen ja die konin version ist weg ja dann halt nicht mehr hat er gespielt er konnte dann kann man das wieder löschen okay was ist denn das hier überhaupt zwei screens lang aber neun von zehn schwierigkeit vergisst es ich gucke mir das nur ganz kurz an aber vergisst es das andere war ja auch zwei von screen 10 22 screens lang ach das ist dazu gab es die konin version ach so zu dem anderen das an 8 8 8 8 deswegen war das ein komplett anderes oh wait dann kann ich den anfang hier ja schon ach und jetzt haben wir auch noch die münzen sammeln ja nö tschüss du wahnsinniger ok ich nehme an haben wir schon gebaut jetzt kommen hier vier level von airmaid gut die spielen wir waren anders das ist jetzt ja nicht so dass das da irgendwie speziell gebaut wurde oder sowas dann machen wir erst die empfehlungen von aggressor dann ist das in ordnung ich kann mich guten gewissens hier ansetzen weil airmaid verfolgt mich jetzt ja nicht oder so das heißt ihm ist völlig wurscht wann ich sein zeug spiele entsprechend müssen wir da jetzt nicht extra das hier auslassen sondern dann ist ja jetzt eher das relevant was mir von jemandem der mir folgt empfohlen wurde ghost in the shell schöner anime allerdings ist hier nur der name gemeint no movie war wenn es etwa klar der ist der ghost in the shell da ist er eine shell im ghost ring aber gut schauen wir mal was hier los ist ach so aggressor hat die level bei mini gesehen entsprechend wenn jemand wie nie verfolgt oder war ich zu langsam wenn jemand wie nie verfolgt dann hatte das level natürlich auch schon gesehen richtig verstanden ich muss da drauf und dann fahr ich damit weiter dann killten wir mir das hier dann gehe ich hierhin und jetzt als muss ich die hier selber alles klar verstanden ich dachte jetzt das macht die shell auch wieder für mich aber alles macht die shell dann doch nicht so aber dann kann ich hier chillen und in ruhe die pflanzen erledigen aber ich habe die münzen erwischt aber die pflanze nicht so und bevor ich den hier nicht wegschicke ne passiert hier eh nix und dann schickt der mir das da runter und dann gehe ich auf das teil da drauf und dann wird alles cool na dann ich laufe einfach mal weiter und kriege ein checkpoint das ist doch schon mal was so dann stehe ich mich mal hier drauf dann aufsichtig soll ich hier warten oh ha ok hätte man dann weiterfahren können mit dem ding jetzt muss man kurz wieder OBS aufmachen nicht dass wir hier kein passt aber alles ok es ist immer ein bisschen ich hatte nämlich gerade den tweet offen wo Aggressor geschrieben hat die äh Empfehlungen und dann oh und dann äh habe ich OBS nicht mehr offen gehabt das ist immer ein bisschen gruselig nicht zu sehen ob es aufnimmt oder nicht das hätte ich jetzt aber woher hätte ich das denn riechen können dass der da raus oh mein Gott verstanden aber das muss ich erstmal alles realisieren was hier passiert das muss ich erstmal realisieren aber wie hätte ich denn den sehen sollen ach Mist nein 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 nicht das hier nicht das hier und da muss ich mich aber einfach drauf verlassen dass es so passt ok ist ein bisschen gruselig so zack zack und jetzt zack und jetzt zack und dann passt das und dann machen wir das auf und dann geht und jetzt muss ich da jetzt muss ich diesmal da schneller sein als die scha scha okay mal muss man muss man warten mal muss man schneller sein das ist ein bisschen ach ich habe schon wieder vergessen aber an sich die Münzen zeigen es ja an gehe da drauf und wenn man den Münzen vertraut was man sollte offensichtlich dann hätte man das auch genauso gespielt also eigentlich muss ich nur genauso gehen wie die Münzen und jetzt hier halt schneller sein ähm ah ok und der nächste checkpoint und jetzt muss ich auch wieder schneller sein und dann macht er hier auf und dann macht er hier auf und dann macht er das hier weg und dann warten wir hier und dann gehen wir hier weiter und jetzt habe ich es schon wieder versaut hä wo hätte ich denn dahin gesollt da muss irgendwas drauf gewesen sein ach da die Dings war da drauf also da darf ich nicht äh warten ich muss direkt weiter aber das weiß man doch vorher nicht ich muss hier also direkt hinterher und jetzt da drauf aber wie gesagt das weiß ich doch vorher nicht unbedingt oh Gott nicht schon wieder sowas das ist ein bisschen nicht sicher man kann es sich denken dass man direkt weiter muss aber sicher ist es nicht so ok hier drauf warte ich jetzt wieder und jetzt gehe ich wieder weiter und jetzt kommt wieder so jetzt kommt wieder so ein Viech okay oh pfff huh ist das knapp nach auch Gott ich man hat ja noch so einen Schwung von dem von dem von der Kanone mit drauf deswegen springt man nicht ganz so wie man normal springen würde und deswegen verwirrt mich das schon wieder. So, jetzt hier, zack. Also, Schwung mit einberechnen. Vielleicht springe ich einfach nur. Ja, das geht besser. Oh Gott, das war knapp. Jetzt kommt der hier wieder und der hier und jetzt, keine Ahnung. Ach, da kann ich ja durchlaufen. Jetzt muss ich den Swamp auslösen. Der Swamp löst die... den On-Off aus, der löst die Bombe aus, der löst das... macht das dann kaputt. Und dann muss ich da einfach hin und her springen, ein bisschen. Shish! So. Jetzt hätte ich schon fast wieder zu viel Schwung gehabt, aber gerade so. Gerade so geschafft. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe das hier in den Pfeil, hier ohne den Block, habe ich irgendwie als Manscha angesehen. Deswegen war ich da ein bisschen... kritisch. Oh Gott, jetzt wird es immer knapper. Aha, wieso schaffe ich das denn nicht? Eigentlich müsste ich nur an einer Stelle springen, oder? Ich mache das ein bisschen ungünstig, habe ich den Eindruck. Ich mache das noch ein bisschen ungünstig. Und zack. Okay. Ja, ich muss doch nur an eine Ecke springen. Was mache ich mit dem so Stress? Jetzt setze ich mir den auf, und jetzt ist er wieder weg. Okay. Und jetzt sind wir am Ziel. Wait. Passiert hier noch was? Nein, hier passiert nichts mehr, oder? Sag ich ja. Das hätte sonst irgendwie nicht funktioniert. Das hätte sonst irgendwie nicht funktioniert. So. Uff. Schönes Level. Teilweise war ich mir nicht ganz sicher, was ich tun muss, aber... Ja. Schönes Level. So, jetzt muss ich kurz den Tweet aufmachen. 3-3-L. 3-DP. 7-PG. Don't kill your Goombard. 1,45% von Con Scully. Da ist ein Con im Namen. Das gefällt mir. So. Dann töten wir aber nicht den Goombard. Ist das jetzt so ein blödes Ding, wo der oben rumläuft, und ich muss unten mal Zeug machen? Ich habe nicht drauf ge... Ach, ne. Ich darf den da nicht killen. Okay. Das heißt, ich muss mit dem immer weiterarbeiten. Ich hatte jetzt Angst, dass es so ein Autoscrolling-Level wäre, wo man... Ähm... Weißt du schon. Den dann oben hat und so Zeug. So was ist immer... Okay, es ist ein Autoscrolling, aber ein anderes. Und wieso? Da war doch noch einer. Ich hätte doch den töten können, theoretisch. Warum brauche ich denn genau den hier? Da war ja noch einer. Wahrscheinlich hätte man den gar nicht mitnehmen müssen. Das kann sein. Wait, wo? What? What? Oh! Oh Gott, Hilfe, ich sehe es. Also dich brauche ich gar nicht. Dich kann ich töten. Tschüss. Weil ich kriege hier einen neuen. Hi. Aber zum Glück ist es keine Münzen-Einsammel-Challenge. Sonst müsste ich die ganzen Bonus-Münzen noch mitnehmen, die man da sehen kann. Ah, ich muss hier hin. Und dann muss ich hier hin. Und dann muss ich hier hin. Und dann muss ich hier hin. Und dann habe ich keine Ahnung mehr. Hier hin und hier hin. Oh, komm mit. Nein! Oh, ich war zu langsam. Oh, das wird interessant. Das wird interessant. Das wird interessant. Das Problem ist halt, ich kann eigentlich gar nicht so schnell hoch. Weil... Ja, wobei ein bisschen kann ich schon. Scheiße. Ich habe es versaut. Nein, ich habe es nicht versaut. Jetzt kann ich wieder ein bisschen Gas geben. Jetzt weiß ich auch, wo ich hin muss. Den hat jetzt zum Beispiel noch nicht ausgelöst, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber jetzt wieder an der Stelle, wo ich vorhin... Nein! Ah, ich wollte noch springen. Und da kommt ein Checkpoint. Natürlich bin ich vor dem Checkpoint gestorben. Natürlich. Warum denn auch nicht? Das wäre ein lustiges Multi-Level. Oh, Mann. Einer übernimmt die Arbeit, alle anderen laufen hinterher. Ach so. Und wegen dem Off-Word ist eh nicht funktionierend. So, jetzt muss ich hier hin. Den versau ich immer. Den mache ich immer gedanklich falsch. Jetzt passt die Geschichte. So, jetzt muss ich eh warten, da oben. Eigentlich kann ich da auch so gegen springen. Dann brauche ich den gar nicht dafür, ne? Ja. Und hier genauso. Warum habe ich den benutzt? Ich weiß es nicht. So, eigentlich könnte ich ihn hier auch sterben lassen, weil ich kriege hier eh einen Checkpoint. Also hier kann er jetzt... Genau, der kriege ich dann eh einen neuen. Oh, Scheiße. Ach, ich muss weit. Ich muss... Oh, Mist. Ich muss weiter. Ich habe gedacht... Ah. Da geht es gar nicht weiter, wo ich hin wollte. Da ist nur die Coin. Und dann muss ich über den Ding mit ihm weiter. So ist das gedacht. Habe ich wieder falsch interpretiert. So. Ah, jetzt muss ich da aber schnell hoch und trotzdem den nicht killen. Ich komme da doch mit einem Sprung rein. Ja, dann kann ich ja auch... Ohne die Pflanzen. Ohne die Pflanzen. Ohne die Pflanzen. Kann ich ja die Pflanzen ignorieren. Gut zu wissen. Ich dachte, das geht nicht. Es geht. Wow. Aber ich muss ein bisschen schwingen. Okay. Schlauer wäre es trotzdem, die Pflanzen wegzumachen, weil dann schießen die mich nicht ab. So, wenn man mal ein bisschen mitdenkt. Genauso. Ganz genauso. So, hops. Und hops. Und jetzt habe ich auch den Schwung dabei und kann hier ran. So. Die segelt hier runter. Das kann sie tun. Und jetzt sind wir hier auch viel schneller schon drüben. Und der töten unseren Kumpel. Mäh. Das ist aber auch unangenehm, dir die Treppe da hochzuschmeißen. Das sehe ich jetzt schon kommen, dass das nicht so laufen wird, wie ich das möchte. Das ist aber auch unangenehm, dass das nicht so laufen wird, wie ich das nicht so laufen werde. Aber ich kann es nicht ändern. So. Ops. Nein. Puh. Es ist so kritisch, weil es so eng ist da. Und dann nimmt man den halt immer direkt in die Hand anstatt, dass man... Also ich schmeiße ihn praktisch, bevor man ihn loslässt, in die Pflanze rein. Und dann stirbt er halt. Das ist schon ein bisschen kritisch. Gut. Waaah, ich komm nicht raus. No. No. Guck mal, da oben kommt ein neuer. Okay. Kommt da vielleicht dann auch gleich wieder ein neuer Checkpoint, wenn da ein neuer Blutbad kommt? Oder ist der nur eingesperrt, so wie die Pilze da links auch? Man weiß es nicht. Ja, wieso mach ich das denn jetzt? Saved it? Keine Ahnung. Na, ich war zu weit unten. Wollte grad sagen, keine Ahnung, ob ich die jetzt noch brauche. Oder an der Stelle kurz ohne ihn weiter machen kann. Was recht praktisch wäre. Aber es scheint nicht so. Nice. Oh, das man... Man stößt sich da so komisch den Kopf. Das ist ganz merkwürdig. Mach dich weg. Oh, jetzt hängt er da... Scheiße. Ja, an den komm ich nicht mehr ran. Und der andere Gumbad war tatsächlich nur Deko. Oh Mann, ich hätt's haben können. Also ich hätt's eigentlich gehabt. Huch. So nicht. Huch. So nicht. Huch. Jetzt stößt man sich hier so komisch den Kopf erst. Oh, das war nicht gut. Oh, ich kann ihn mitnehmen, auf die Art und Weise. Okay. Ach, ich schnapp mir den dann selber wieder. Dann hätt ich das vorhin gar nicht so kompliziert machen müssen. Oh mein Gott, ist das gut. Dann hätt ich das gar nicht so kompliziert machen müssen. Oh. Okay. Manchmal fühle ich mich einfach nur dumm. Was ich gerade sagte. Hä, wie... Hat der echt für die Idioten, die es nicht schaffen, über die Lücke zu springen, jetzt noch einen Checkpoint eingebaut? Weil eigentlich ist der Checkpoint komplett unnützt gewesen. Wow. Ich fühl mich richtig dumm, dass ich da gestorben bin. Vor allem, ich würde mich noch nicht mehr fühlen, wenn da kein Checkpoint wäre. Weil, da gehört eigentlich kein Checkpoint mehr hin. So. Um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Da passiert ja nichts mehr. Da passiert ja nichts mehr. Warum ist da nochmal ein Checkpoint? Für die ganz Blöden. Wie mich. Oh. Das tut weh, den Checkpoint genutzt zu haben. Das tut weh. Also, dass er ihn ja auch gebraucht hat. Ah, das ist so... Ah. Ja. Egal. Happened. Temple of the Lava Worm. Na, das klingt großartig. An evil wizard controls Lava Worm. Ride on cloud warm and defeat him link. Ja, let's go. Leider gibt's ja nur in SMW das Link-Thema. Ja, das wär cool. Äh, in SMW. Das wär cool, wenn's das in allen Dingen gäbe. Weil du hier halt dann nur die... Ja, die, diese, diesen Link halt hast. Also auch diese Physik. Es gibt jetzt halt ganz viele Sachen. Das ist Cloud Worm. Und ich hab hier ein extra Schwert schon mal zur Verfügung. So. Wait, 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 wait. Oh, no. Oh, verstanden. Ich hab das schon richtig gemacht. Der kann mir gar nichts mehr. Aber das ist cool mit dem Boot. Ach so, das war's schon. Okay. Der kann mir auch nichts. Oh, man kann das gar nicht mehrfach auslösen durch die Stampfattacke. Okay. Den Foto-Worm kann man ja gar nicht töten, ne? Nee. Oh, boy. Ich werd gleich versehen, nicht mein extra Schwert einsammeln. Was ärgerlich. Okay, ab wann brauch ich das Schwert? Ist die Frage. Ich nehm's mal jetzt. Ach, das krieg ich hier. Ah, das ist ne Kanone, die das Schwert. Ich dachte, das ist so ein Zusatzschwert, aber ich krieg das dauerhaft wieder. Das ist natürlich fast wieder viel zu freundlich. Also ernsthaft jetzt. Das ist fast zu freundlich. Oh, oh. Weil da krieg ich ja wirklich dauerhaft das Schwert. Da kann ich mich ja auch einfach hier rein. LOL. Wie ich das jetzt überlebt habe, ist mir... Also ohne getroffen zu werden, ist mir ein Rätsel. Ah, ich liebe es mit dem Link-Outfit rumzulaufen. Das ist so gut. Es gibt so geile Link-Level mittlerweile, die ich schon gesehen habe, auf anderen Kanälen. Muss ich jetzt da in die Röhre? Achso, hier oben ist nur noch meine Münze. Okay. Let's go. Lavaworm. Ne, das ist immer noch Wolkenwurm. Kommt jetzt der Lavaworm? Da oben ist der Lavaworm gleich, wahrscheinlich. Ne. Doch, das ist Lavaworm. Und Lavaworm besiege ich, indem ich ihn auseinandernehme mit seinem Paus überall. Und ich treffe. Ich mag das Design von Lavaworm. Das ist voll cool. Aber ich kann auch dagegen springen, theoretisch. Oh. Oh, ich treffe einfach nicht. Nice. Nein! Dummer, dummer, dummer Conan. Macht wieder Blödsinn hier. Aber cooler Bossfight. Muss man mal sagen. Oh, ich muss hier dafür nicht mit. Na, dann kommen nämlich alle Paus, lösen dann hier die Manche jeweils aus. Und am Ende wird der On-Off ausgelöst und ich kann durch die Tür. Aber ich würde die gerne so auslösen. Das wäre cooler. Nice. Ich hab nicht aufgepasst. Oh Gott, ich muss auf so viel gucken. Weil man könnte halt einfach... Ja, ich mach das einmal vor. Jetzt wo ich weiß, dass ich das Schwert hier unendlich bekomme, kann man sich da ja einfach auf den Wurm stürzen und alles mit einem Schlag erledigen, theoretisch. Das sollte funktionieren. Oh, scheiße. So nicht. Aber ich war auf dem Wurm drauf. Ah, nein. Ah, nein. Ich bin schon da durch die Wolke gefallen. Okay, so einfach geht das doch nicht, wie ich mir das dachte. Aber so ein geniales Level. Es gibt so gute Link-Level. Es ist... Vor allem, es gibt auch richtig krasse Kai-So-Link-Level. Holy shit. Was ist da schon wieder... Ah, dass ich da nicht treffe, das gibt's da nicht. Warum bin ich jetzt so schlecht? Das wollte ich nicht. Gut ist, dass ich mich selber nicht reduzieren kann. Na, es könnte ja auch irgendein Block-Snake-Warm sein. Und dann zerstört der nach und nach die Steine. So, die Steine. Mist. Die Steine oder so. Es gibt's noch nicht. So. Wenn Pfeile nicht funktionieren, kommt eben die Stampfattacke. Aber ich treffe einfach nicht, ne? Jetzt habe ich getroffen. Oh, jetzt falle ich wieder mal. Hat der... Der... Jedes Mal die Ecke. Jedes Mal die Ecke. Jedes Mal die gleiche Ecke. Gibt's da nicht. Wait. Mist. Das könnte ich auch versuchen. Ich muss so eine Bombe ins Gesicht zu werfen. Ach, die fällt durch das Feuer durch. Mist. Ich treffe nicht. Oh nein, jetzt ist mein Schwer drunter gefallen. Da ist es wieder. Ach, ich treffe einfach nicht. So. Nice. Ich hab eigentlich mal den oberen getroffen. Oh nein. Oh wait, jetzt kann er mich angreifen. Was? Wie ist er... Ach, wenn er die Richtung wechselt? Wenn ich ihn vorne treffe, dann kann er mich angreifen. Oha. Ach, jetzt haut er ab, oder was? Ähm. Ich hab keinen Schlüssel. Ich muss das... Ich muss das in der Reihenfolge machen, die er mir vorgibt. Ich kann den nicht vorne angreifen, weil dann geht der da oben nicht kaputt. Wait, da kommt er wieder. Hab nix gesagt. Allerdings kommt nur ein Teil wieder. Ähm. Also der Wurm ist besiegt. Das ist nicht mehr der Wurm. Aber die on-off-Blöcke sind weg. Wieso kommt der Teil wieder und die on-off-Blöcke nicht? Okay. Also ich darf den on-off erst ganz zum Schluss drücken. Uff. Weil dann stirbt erst dadurch der Kollege da. Und der gibt mir den Schlüssel. Also ich muss mich an die Reihenfolge halten. Das ist an sich gut zu wissen. Aber macht die Sache auch etwas schwieriger. Nice. So, jetzt muss ich noch einmal treffen. Jetzt passt die Geschichte. Jetzt krieg ich auch meinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel bekommen. Hä? Hä? Welche Magie war das denn? Das muss ich mir in der Aufnahme angucken. Was ist denn da passiert? Erst war er weg, der Kamek. Äh, der, der Magic... Magic... Der Magic Koopa. Und dann war er wieder da. Hä? What? 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 Das war ja richtig merkwürdig gerade. So. Jetzt stirbt der. Und jetzt kriege ich aber gleich den Schlüssel. Okay, das war gerade ein Fehler. Der hat sich irgendwie da reingemogelt in das Viech. Durch keine Ahnung was. Ich weiß nicht durch welche Magie, der das gemacht hat. Aber es hätte eigentlich der Schlüssel direkt sein sollen. Da kommt einfach noch so ein Mini-Bowser raus. Was zur Hölle? Also so ein Baby-Bowser. Warum? Den hat irgendwie der Magic Koopa da ausgelöst. Ich weiß mal nicht wie. Lol. Ja, nette Level-Aggressor. Großartig. Vielen Dank. Ähm. Und auch danke fürs Zuschauen. Und nächstes Mal. Könnte man eigentlich uns wieder ein Endlos machen, ne? Wäre ich stark dafür. Einen Part nehme ich auf noch. Und es ist dann endlos. Gucken wir mal, was uns da entgegen geworfen wird. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen.